Wir sind aus der Hauptmühle gekommen, heute mal nicht so geeilt, aber wir hatten noch hier was mit MJ, also wir müssen uns jetzt ein bisschen schleichen und dann müssen wir zuhauen, wenn es dann soweit ist, aber es war ja ein Tag zuvor, wir waren ja bei MJ beim Abendessen und sie hat ja erzählt, was los war und ja, da sind wir dann auch mittendrin gelandet, nicht? Und jetzt lädt das irgendwie wie Sau. Ich habe mich erschrocken, ach so, okay, alles klar, also so geht es schon mal nicht. Der Trottel räumt sein Zeug nicht weg. Irgendwie ist Happy. Fast eine Ratte abgeknallt. Ich muss diesen Kerl da weglocken. Bezahlt Martin Lee wirklich den Boss? Ja, wir bauen diese Kriegsbestie für Lee und Lee finanziert dafür den Boss. Win-win. Willst du mal besser die Schlacke von der schlampigen Schweißenart? Wenn der Boss das sieht, ist er sauer. Was soll ich umstoßen? Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich... Was soll ich denn jetzt drücken? Ja. Okay. Aber ich musste da irgendwie hinkommen. Ja, und nun? Mache Dinge nach links. Machen wir was heute? Ja. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich habe doch keinen Plan, wie ich das jetzt hier machen soll. Ach so. Da ist ein Geräusch. Hey, Rick! Der Boss will mit dir reden. Geh rein! Ich muss in dieses Büro. Was macht denn der Boss mit dem Geld aus diesem Lee-Job? Grabesstaub. All die Kohle fließt direkt in Grabesstaub. Ist das alles für Lee? Schon mal probiert? Vorsichtig. Nur gucken. Der Boss arbeitet noch am Rezept. Aber Mann, das haut rein. Hey, was war das? Oh nein, bitte nicht. Hey, was war das? Der Grabesstaub schwächt meine Nerven nichts. Vielleicht du hast eine Ratte. Ich muss da irgendwie hin. Ja, ich sehe ja, dass ich da hin muss. Hey, was war das? Nichts. Vielleicht du hast eine Ratte. Dammt! Moment! Hä? Ja, aber Digga, wie soll ich denn da sonst hinkommen? Bruder. Alter. Was macht denn der Boss mit dem Geld aus diesem Lee-Job? Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Grabesstaub. All die Kohle fließt direkt in Grabesstaub. Schon mal probiert? Nur Proben. Der Boss arbeitet noch am Rezept. Aber Mann, das haut rein. Hab ich da drüben nicht mehr das ein? Immer sachte. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Äh Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Mist, ich bin paranoid. Okay, warum noch? Jemand nen 316er Steckschlüssel gesehen? Äh, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Was soll ich so einen Weg ins... Ist das deine neue Gatter-Säge? Hallo, er zeigt mir kein Ziel mehr an. Was ist denn das für ein Dreck? Ey! Da hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Was ist denn das für ein Dreck? Moment! Hä? Ja, aber guck mal. Wie soll ich denn da jetzt am besten hinkommen? Haut doch gar nicht hin. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Ja, das ist schön, dass du's da gelassen hast. Hey, jemand nen 316er Steckschlüssel gesehen? Ist das deine neue Gatter-Säge? Ich hab was gehört. Aber auf welche Seite geht der denn? Was ist das? Eine Art militärischer Ausrüstung? Nee. Da hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt. Da ist das Büro. Und viele Männer sind im Weg. Ja, ist hier schon. Okay. Ja, ich seh, dass ich da hin muss. Aber wie soll ich denn hier am besten runterkommen? Hey, warum will der Boss um jeden Preis GPS-Peilsender an allem befestigen? Handelsgeheimnisse. Erfinde ich, dass jemand etwas von Grabesstoff erfährt. Trotzdem paranoid. Die Fässer sehen wichtig aus. Elke Max. Hey, sie ist da! Okay, hab ich es jetzt geschafft? Was ist da drin? Kommt schon, was? Sie merkt das nie. Oh ja. Tubest... Tubestum, genau. Hast du ja, Rick? Merkt er nicht? Weil es nicht da ist. Gottverdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung. Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. Oh, what the fuck, dude. Was geht hier ab? Ich kann jetzt nicht umkehren. Ich muss in dieses Büro. Jetzt komm schon. Ist da jemand? Alles klar. War wohl nichts. Piss dich, komm. Geschafft. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? In diesem Büro muss doch noch irgendwas sein. Dies kann aber ganz schön hartnäckig, kann das sein. Und los geht's. GPS-Peil-Sender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Hol das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Alles klar. Und jetzt dürfen wir mit Peter da ran. Ich möchte sagen, tu das nie wieder. Aber da du ohnehin nicht auf mich hörst... Hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchen-Curry, äh... Es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödel-Katastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also... Reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja... Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber... Warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was... Was immer das ist. Ja. Ich werd recherchieren. Also ich dachte... Wie wär's? Ihr als Team? Äh... Du als meine Gehilfin? Äh... Wie... Spider-Girl? Spider-Woman. Nein. Kein Zeit-Kick. Als Partnerin. Oh... Oh nein. Nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechenssystem, Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Hm... Kommt mir bekannt vor. Oh! Oskops Finanzchef! Warte... Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Äh... Wo... Wo soll ich sie denn? Die... Couch wär okay. Dann... Sehen wir uns später? Ja. Ja. Okay, also... Ähm... Ja. Er hätte sie natürlich auch da liegen lassen können. Wäre für mich persönlich voll okay gewesen. Gut, also die ersten 10, 30 Minuten geprägt davon. Und ja. Dann hätten wir dieses Kapitel quasi abgeschlossen. Hey, ich bin's. Also machen wir weiter. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oskop. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Single. Bekannt für seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Also... Sind wir jetzt Partner? Fühlt sich zumindest so an. Partner... Äh... Klingt gut. Okay. Bis dann, Partner. Wo ist denn der Rucksack? Ach da. Achtung, Einheiten. Entführung gemeldet. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Also Triple J. Früher dachte ich, dass Sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, Sie hatten Recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir. Aber ich will keine Gratulation. Ich hätte mich sehr gerne geirrt. Noch lieber wäre ich in einer Position gewesen, in der man auf mich gehört hätte und hätte gehandelt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt auf mich hört. Also müssen besorgte Bürger wie Sie und ich uns Gehör verschaffen. Stehen Sie auf. Holen Sie sich Ihre Stadt zurück. Nur so können wir uns sicher sein, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und indem Sie mir jeden Tag zuhören. Mein Anzug enthält einen Algorithmus, der die Spur der Entführer berechnen kann. Ruhig, ich hab sie. Oh mein Gott. Danke dir, Spider-Man. Da! Das sind die Kerle! Die Verlage sterben. Das ist nicht dein Business, Spider-Man! Na los, Spider-Man! Wie soll ich ihn besiegen? Die Verlage sterben. Jusant! Bitte Gericht! Hey, bitte. Das ist, Herr Villverh burned. Das ist er die Zaunen. Die Verlage brauche. Was ist das? Ich wollte noch fragen, warum es... Okay, und los leider. Ich denke, die Jungs handeln nicht mit Baseballkarten. Ich wollte nichts kaufen. Hey Jungs, habt ihr Rezepte für das Zeug? Das war's mit mir. Okay, ich glaube erst uns überlegen. Das war das letzte Mal. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Oder den letzten fünf. Wie auch immer. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Oh, Scheiße. Ja, jetzt habe ich es schon leider... Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich bin nicht wahr. Ich bin nicht wahr. Oh, Scheiße. Was ist das? Verdammte Terroristen. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Ei, ei. Wir brauchen einen Wagen. Drin sind vermutlich noch mehr. Ihr Jungs bleibt hier. Ist es jetzt gegen Tombstorm? Oh nein, doch. Da hat es jemand eilig. Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt habe. Ja, ich bin sicher. Ja! 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 Ich bin sicher. Ja! Das ist es. 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 Das ist. 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 Okay. Das ist. 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 Das ist.